Tja, Leute, wir erleben gerade wahre Hundstage in Kalifornien. Auch in den nächsten Tagen wird's heiß, heiß und heißer. Das macht dann 3,75. Behalt den Rest, der ist für dich. Das ist bloß ein Dollar. Entschuldige, ähm... Charlie! Ne große Peperoni? Sitz? Sagen Sie mal, ist die Hund schwanger oder nur ziemlich fett? Auf Wiedersehen! Moment, das ist ja abgezählt, wo ist das Trinkgeld? Er ist träge, hat keinen Appetit. Er sollte jetzt auch rausgehen und ein paar neue Kläffer sehen. Das macht dann 300 Dollar. Ich hab sie gestern gefunden. Oh nein, wer ist denn da? Die Schwangerschaft hat sie verändert. Greg geht von der Tür weg. Sie tobt da drin wie ein Schimpanz. Jetzt kannst du mir helfen, du musst morgens mit ihm Gasse gehen. Vielleicht kriegt ihr wegen der Weh nicht mit, was ich sage, aber bei mir ist absolut das Hundeverbot. Wie krieg ich dich in meine Wohnung? Hey, komm rein. Ist denn möglich, dass ich ein bisschen mithelfe? Ja. Ja. Ja? Mr. Peperoni. Maybe. Maybe. Ein Hühnchen. Können wir sie behalten? Heute hier bei uns der ehemalige... Ein Kohl-Moderator? Dieser Fünf-Worten, der hat keine Ahnung, wie man eine morgendliche News-Show moderiert. Die Zuschauer lieben euch beide. Charlie, die sind alle gleich. Such dir endlich einen aus und dann... Pinkel irgendwo hin! Ich will helfen, ihren Hund zu finden. Du bist jetzt mein bester Hund. Weiß der Kerl auch, dass der Hund uns zur Familie gemacht hat? Wessen Hund ist das? Brandy! Ich hab sie fast gar nicht erkannt ohne Dampf aus den Ohren. Unser Vermieter hat gerade das Gebäude verkauft, also... Wie wär's mit einer Spendensammlung? Hier ist Jimmy Johnston von der Newtrix-Wohltätigkeitsveranstaltung im Griffith Park. Los, kommen Sie her! Ich geh zu Fuß. Für viele Hunde, die zu Newtrix kommen, war das Leben sehr hart. Und doch finden sie einen Weg und ihr Herz zu öffnen. Oh, das ist nur mein Equipment. Lass ihn frei! Was immer du glaubst, was dir vor sich geht, ist nicht, was du vor sich... Es ist nur ein Hund. Oh, hi, mein Hündchen. Oh, hi, mein Hündchen.